Wären Sie gerne in einer anderen Kultur oder Nation geboren? Und welcher? Wenn Sie die Macht hätten zu befehlen, was Ihnen heute richtig erscheint, würden Sie es befehlen, auch gegen den Widerspruch der Mehrheit? Ja oder nein? Warum nicht? Wenn es Ihnen richtig scheint. Hassen Sie leichter ein Kollektiv oder eine bestimmte Person? Und? Hassen Sie lieber allein oder in einem Kollektiv? Danke fürs Training. Danke. 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 Vielen Dank.